In diesem Video möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du eine neue Google Analytics 4 Property anlegen kannst. Hierfür existieren zwei Umsetzungsmöglichkeiten und die Wahl welcher Umsetzungsmöglichkeit hängt von deiner individuellen Ausgangssituation ab. Ausgangssituation 1, du hast noch gar kein Google Analytics Konto und möchtest jetzt folglich eines anlegen und daraufhin auch direkt deine erste Property hinzufügen. Oder Ausgangssituation 2, du hast bereits ein Google Analytics Konto und auch schon eine Property, möchtest nun aber noch eine zusätzliche Property hinzufügen. Falls du dich jetzt in der ersten Ausgangssituation wiederfindest, dann empfehle ich dir direkt unser komplettes Google Analytics 4 Einsteiger Video hier auf YouTube anzusehen. Denn in diesem lernst du zu Beginn unter anderem Schritt für Schritt, wie du zunächst mal ein Google Analytics Konto anlegst und dann eben auch hierfür die erste Property erzeugst. Den Link zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung. In diesem Video setzen wir den Fokus aber auf die Umsetzung für die Ausgangssituation 2, nämlich du hast bereits ein Google Analytics Konto, darin hast du auch schon eine erste Property, du möchtest nun aber noch eine zusätzliche weitere Property hinzufügen. Und wie das geht, das werde ich dir jetzt Schritt für Schritt zeigen. Zunächst öffnest du die Website analytics.google.com und loggst dich in dein Analytics Konto ein, zu welchem du nun eben eine weitere Property hinzufügen möchtest. Im Anschluss daran klickst du links im Menü ganz unten auf den Punkt Verwaltung. Und dann klickst du hier oben auf diesen Erstellen Button einmal drauf. Dann öffnet sich nochmal so ein Untermenü und da wählst du jetzt den Menüpunkt Property. Und daraufhin befindest du dich jetzt in diesem kurzen Menü, in welchem du kurz ein paar Angaben zu deiner Property machen musst. Zunächst einmal gibst du hier den Namen deiner Property ein. Hier empfiehlt es sich einfach die Domain einzutragen, für welche diese Property dann später Daten sammeln soll, denn dann kann man unterschiedliche Projekte gut voneinander unterscheiden. Ich schreibe hier also einfach mal beispielhaft rein, deine-domain.de. Dann müssen wir eine Zeitzone wählen. Da geben wir hier oben ganz einfach Deutschland ein und wählen dann hier Deutschland aus. Und eine Währung, da wählen wir Euro aus. Und dann klicken wir unten auf diesen Weiter Button. Und nun kommen wir auf eine weitere Seite, auf welcher wir allgemeine Geschäftsinformationen hinterlegen müssen. Genauer gesagt müssen wir zunächst mal eine Branchenkategorie wählen, in welche sich das Vorhaben eingruppieren lässt. Da klicken wir einmal drauf, dann siehst du hier diese ganzen Vorschläge. Da wählst du eben diese Kategorie, die deinem Projekt am nächsten kommt. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal Beruf und Ausbildung aus. Dann musst du noch eine Unternehmensgröße auswählen, also von diesem Projekt, wie groß ist da das Unternehmen in etwa. Ich wähle hier mal klein aus, ein bis zehn Mitarbeiter. Und dann klicken wir hier unten auf den Weiter Button. Hier müssen wir jetzt noch sogenannte Geschäftsziele festlegen. Google Analytics fragt das ab, damit sie uns entsprechende Berichte vorkonfigurieren können. Hier empfiehlt es sich aber nach unten zu scrollen und hier sonstiges auszuwählen. Und dann muss man nur noch auf den Erstellen Button klicken. Und damit wurde jetzt die entsprechende Property erstellt. Und wir gelangen direkt hier in dieses Menü, wo wir jetzt darum gebeten werden, einen entsprechenden Datenstream für diese Property zu erstellen. Das ist aber schon wieder ein ganz anderes Thema und wird in unserem Google Analytics Einsteigerkurs Video, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe, im Detail erklärt. Und das war jetzt auch schon der einfache Prozess, um in einem bestehenden Google Analytics Konto eine neue Property anzulegen. Du wirst diese Property jetzt wahrscheinlich dafür verwenden, dass du zukünftig kein Marketing mehr nach Bauchgefühl betreiben musst. Denn mit dieser Google Analytics Property kannst du die komplette Customer Journey deiner Webseitenbesucher sichtbar machen. Und damit kannst du dann datengetrieben verborgene Optimierungs- und Umsatzpotenziale aufdecken. Das ist mit Google Analytics jetzt aber leider nicht von Haus aus möglich, denn du musst das Tool wirklich auf dein Projekt maßschneidern. Und wie das im Detail funktioniert, das lernst du Schritt für Schritt in unserem umfassenden Google Analytics 4 Expert Training. Den Link zum Training findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung und da findest du dann auf der Seite auch noch alle weiteren Informationen zu diesem Training. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch noch über ein Like von dir und ein Abo. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!